So, grüß Gott beieinander, da sind wir wieder, hier auf der Single Couch Geib und Volksfest 2022. Neben mir sitzt der nächste strame junge Bursch. Servus, wer bist du denn und wo kommst du her? Ich bin der Sebastian aus Plaling. Und wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt. Okay, und was machst du beruflich oder was machst du gerade so? Ich bin Schreiner gesehen, seit Freitag. Seit Freitag? Seit Freitag. Okay, und wie ist es bis jetzt so? Sau geil. Kann ich besser laufen, perfekte Firma. Firma Geigerkeim natürlich. Super. Okay, und was machst du in deiner Freizeit, wenn du nicht am Schreinern bist? Ich spiele gern Tennis, fische auch gern. Und hauptsache bin ich einfach ein sportlicher Typ. Okay. Und Skifahren, alles dabei. Aha, okay. Und deine Traumfrau, wie stellst du dir die vor, wie soll die sein? Okay. Boah. Also, und sie soll sportlich sein. Dann blond, braunhaarig, eigentlich klar. Längere Haare. Ja. Es soll ein schönes Gesicht sein. Wo es ein schönes Gesicht ist, kann ich nicht beschreiben. Das muss ich sehen. Okay. Was würdest du denn gemeinsam mit einer Partnerin unternehmen? So gemeinsame Aktivitäten, was würdest du da so machen? Mei, ich geh gern in den Wald rein und schau mal gern am Sonnenuntergang noch an. Oder, mei, an das Wasser geh auch gern. Romantisch auf jeden Fall. Okay. Also, wenn ihr mal mit dem Sebastian hier romantisch an Sonnenuntergang anschauen wollt, im Wald drin, dann meldet euch einfach, ne? Und dann schauen wir halt einmal. Okay. Genau.